Hoch, hab ich gesagt. Hoch mit ner Arsch. Ja, ja, ja. Achtung da unten. Ein Kabin setzt zur Landung an. Ein Meter Renn, wo wir wegmachen. Funktioniert. Ich hab's förmlich gespürt und gehört. Nee, jetzt. Hallo, Mr. Feral. Ja, Mensch. Ich wollte sie doch maßnehmen. Gehen sie mal kurz ins Loch. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die mit Mini-Kabin. Ich bin hier auf mein Dach und bin schon an Vorbereiten. Wir werden nämlich jetzt einen kleinen Abstecher bei Olle Bobbe machen. Questen weiter hochkloppen. Aber wir müssen mindestens... Ja, ja. Wir haben jetzt den 53. 54. Also jeden Tag können wir noch da und dann müssen wir zurück. Wir müssen ja Munition so herstellen. Für die nächste große Horde, die demnächst kommen wird. Das war bloß Schreiberdam. Komischerweise. Achso. Nimmst du mal nicht auf? Dann klappt das Landen. Ach, das ist doch alles... Moment mal, hab ich nicht, äh, Mods hergestellt? Nee, hab ich doch schon drinne. Nee, hab ich schon drinne. Hallo? Hallo? Moment mal, ich kann doch jetzt so auch, ähm... Ich hab doch letztes Mal gefunden, äh... Genau das hab ich gefunden. Ähm... Da wollte ich ja auch noch was herstellen, wegen geschwindigkeitstechnischer Weise. Äh, es wär ganz gut, wenn wir das noch machen könnten, bevor wir abhauen. Was? Nimm ich? Nimm ich? Nimm ich? Nee, nimm ich nicht. Geben bloß die Hälfte mit. Wie gesagt. Dann haben wir schon mal 3000 sicher und ich geh davon aus, dass ich eh ein paar Tröhnchen noch bekommen werde. Äh... Ich muss mir das zwar teilen hier mit, äh, Scharfschützen oder so, ist, äh... Das wird radikal. Aber gut. Was ist denn voran? Das machen wir mal hier. So, Mods. Äh... Ja, jetzt weiß ich natürlich... Der Reservetank war das nicht, der Bauchdicke. Genau. Das hat gefehlt. Das stellen wir jetzt hierher. Und dann hauen wir ab. Dann sind wir nämlich schneller unterwegs. Äh, das ist echt eine sehr, sehr gute Idee. Ich werde gleich mal zwei Stück bauen. Weil ich brauche ja für Uschi oder für... Nee, eigentlich brauche ich für Uschi und für Karre. Also müsste ich eigentlich beim nächsten Mal nochmal eh mal bauen. Ehen, meine. Aber sonst, Benzin habe ich mit bei... Bin eigentlich vorbereitet. Nee, diesmal. Also jedenfalls das, was ich jetzt im Kopf habe. Ja, das muss reichen. Dietrich habe ich mit bei. So viel brauche ich eigentlich gar nicht. Nee, nee, nee. Ähm, nehm, 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 nehm. Schmeißen wir erstmal hier drin. Ach. Und warum ist hier noch Blei drin? Und warum ist hier Munition drin? Das hier hat er halt hier drin. Mein System. Grenzenlos. Zahre durch. So. Die nächsten. Schön. Sehr, sehr schön. Dit macht schon wieder 900 je Schoss spitzen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Mal, wenn ich dit jetzt klee mache. Wie lange dauert denn dit da? Dann warten sie mal kurz. Dann machen wir dit lieber so. Dann ming dit alt auseinander. Und schmeiße. Hab ich zwar ein bisschen Verlust, aber gut. Kann ich mit leben. Aber ich brauch hier nicht ständig hinterher. Also ich bin ja so oder so nicht da. So, äh, dann machen sie mal hier bitte hin. Äh, das sind ganz schön lange Sekunden, muss ich ja mal sagen. Ich wollte doch schon weg sein mit dem Spiel. Na gut. Kloppen wir uns eine Bandage rein. Äh, Nahrung. Siehste, äh. Sollte ich mal schon mal ein bisschen hier so. Machen wir es so. Dann holen wir uns die Sparjette hier rein. Und noch ein Töpfchen. Das muss reichen. Das wird reichen. Aber sowas von. So, und trinken. Warum hab ich... Trinken hab ich ja nicht mehr bei. Wie konnte denn dit passieren? Nehmen wir dit jute Mineralwasser mit, wa? Kloppen wir ja. Kloppen ist ne jute Idee. So. Dit müsste auch reichen. Ah. Jetzt müssen wir bloß noch warten. Da ist Numero Uno. Sieht's hier aus? Yes. Yes, we can. So. So schaut's aus. Hier ist das Eisen. Das ist ja... Oh, wunderbar ist das da. Superb. Könnte ich ja eigentlich in der Zeit, wo wir abhauen, gleich mal die Spikes rin schmeißen. Dann kommen wir zurück. Und alles ist fertig. Das wär sehr, sehr gut. Jetzt haben wir hier hundert... Uiuiuiuiui. Hatte ich da auch noch ehens vier Stück drin gehabt. Irgendwo hatte ich noch ehens vier Stücken drin gehabt. Die werden schon irgendwo sind. Ich weiß, dass ich sie hatte. Da bin ich mir zu 1% sicher. Wahrscheinlich hab ich sie auch wieder übersehen. Ist mir... Egal, wir haben jetzt hundert Stück. Das muss reichen. Das wird reichen. So. Toni. Ich weiß, keine Wand kann dich hochhalten. Na, dann kommen sie mal kurz hierher. Wir haben was für sie. Wo bist du? Da bist du. Verbessern. Rinnkloppen. Und sich wohlfühlen. So. Noch ein Stück. Zurück. Nee. Ich wollte erst mal tanken. So, wo muss ich denn... Ist das überhaupt noch markiert? Bopschen. Wo bist denn? Da bist du schon mal nicht. Bopschen ist ja nicht markiert. Neig mal kurz eine Markierung. Sonst fliegt hier los und an Lande will er wohl ganz, ganz anders. So. Zurück, 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 zurück. Zurück. Und. Auf mit dir. Hoch, habe ich gesagt. Hoch mit ner Arsch. Ja, ja, ja. Das kennen wir so. Ja. Fast ein perfekter Start. Das Haus muss weg. So. Fünf Kilometer. Wir sehen uns gleich wieder. Also. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Ich musste ein Stück hoch. Oh, da ist schon wieder zu weit runter. Aber da oben hast du nichts gesehen. Da ist eine Suppe. Das sag ich euch. Das ist nicht schön. Und jetzt sehe ich wieder schon nichts. Aber wir sind jetzt im Zerstörten drin. Das ist schon mal gut. Dass ich die Straße jetzt nicht sehe. Das ist weniger gut. Weil ich bin ja hier, äh... ein Fliegerass. So, jetzt, äh... Da. Hattest mir schon lieber. Achtung da unten. Ein Kabin setzt zur Landung an. Also er versucht das. Wollen wir mal an ne scharfe Kurve. Dann mal die Fluchtposition einnehmen. Ihr Adlers. Ich hör ab heute auf zu saufen. Und das wird schwierig. Weil ich getrinkt nämlich kein Alkohol. Zeigt schon. Will er es weh, Sumsen? Kommt mal alle beide her. Ich muss mal rausfinden, wer der richtige ist und der falsche. Du bist gut. Ich hab nämlich, Droni, letztes Mal leer gemacht. Und du bist nämlich falsch. Du bist ein falscher 50er. Warum speichert denn der den Falschen immer ab? Ne, Moment mal. Ist das nicht das Zeug, was ich gestern gesammelt hab? Dann bist du der richtige Drohne. Droni, komm zurück. Würde ich mal sagen. Miss Horry, du wurdest nochmal gerettet. Du bist der Fake. Du bist Fake. Ja, werde ich doch sehen. Da müsste ja dann eigentlich... ...Ermtschienen drin sein, ne? Ja, da sind Ermtschienen drin. Da auch Ermtschienen drin. Ah, siehst du? Fake. Das Fake ist, ditter. Du bist sowas von Fake. Well, how do you do, friend? Immer diese Mogelpakete. Ich nehm sie nie an. Oh. Hey, du kannst ja jetzt wie einzelne Gläser abgeben. Ich hab mir gedacht, du brauchst eine bestimmte Menge. Naja, gut. So wie hier, dass sie hier was zurückbleiben tut. Tut und täten. So, das kann mich... Ich, mich... Den Stroni, da hätte ich dich ja fast entsorgt. Es tut mir leid. Es war nicht mit Absicht. Hier, hast ein paar Knochen. Kannst noch ein bisschen rumlutschen. Na gut, jetzt hab ich wieder Müll. Am Start, den kann ich an... Also, haben wollte. Hä? Na, ich würd mal sagen, Quest müssen wir noch ein bisschen warten, wa? Der ist noch nicht so ganz bereit. Ich versteh gar nicht, wieso. Wir waren doch jetzt eine ganze Weile weg gewesen. In das Easy-Kündchen. Nein! Nicht ja, nein! Oh. Weiter Kackerstift. So, ich schmeiß das erstmal hierin. Na, das ist ja mal doof. Jetzt haben wir die 2 Meter auf uns genommen und jetzt kann ich gerne machen, weil der ja nie die Quest angenommen hat. Und ich wollte doch eigentlich gestern schon wieder zurück. So. Morgen. Nicht gestern. Jut, was machen wir denn jetzt? Naja, Jut, hier rumstehen im Blick aber auch nicht. Ja. Ja, 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 ja. Wir können auch, weißt du was? Wie jener Ollojoller. Der hat doch auch bestimmt ne Quest. Und ist es oben zerstörten? Der Penner, dann machen wir ihm halt keine Quest für ihn. Wenn er nie will, dann will er ihn halt nicht. Das Volk soll man nicht aufhalten, oder so heißt das, oder? Ich hau ab. Volle Bobbys heute nie gut. Hoch mit dir, Mensch. So. Und es ist schon wieder Suppe. Es ist die Suppe. So, ein Stück hoch. Ein Stück hoch. Ja, ja. Noch höher, 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 höher. Ja, genau. Die Puppels kannst du hier aufkratzen. Aber sonst, ein bisschen Sicht muss sein. Ein wenig Sicht muss sein. Äh, jetzt zieht das schon wieder zu hoch. Hä? Ich drück dort C. Mach ich gleich wieder ne Bruchlandung. Sag ich doch. Mensch, die Steuerung, die ist aber schon wieder äh, stinkig. Zwar wieder ganz knapp ist der da. Klubik sollte hier oben bleiben. Oben ist besser als unten. Ne goldene Riegel. Ja, solange ich nicht auf C drücke, ist das ja, äh, auf E drücke, ist das eigentlich alles in Ordnung. Ist alles korrekt. Warte, ich hab bloß noch 20% Benzin. Na gut, dass ich den Tank drin gekloppt hab. Güte waren auch 5 Kilometer. Also, ist ja nicht grad um Decke. Und ich fahr ja hier komplett, äh, ich mein, ich flieh ja hier auf komplett Speed. Also, die Schwindigkeit. Also, nicht Drogen, sondern Ihr wisst schon. So, jolle. Na, das sind ja dann bloß einer Questen, wa? Naja, gut. Ist aber besser als nichts. So. Der Ziel ist da. Irgendwo. Wir sehen's bloß noch nicht. Warum dit der? Hab's heute die vier? Ach, die Gute, muss ich noch ein Stück. Ja, wie weit soll ich denn hier runter? Du siehst ja nichts. Das ist ja das Problem. Pürsch mich ran auf 100 Meter und dann mach ich hier einen Bruchpilot. Ich glaub, das mach ich jetzt ja schon, oder? Ich, 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 keine Ahnung. Wenn Gott will, dass wir fallen, dann fallen wir. So, ist das. So, ich glaub, wir sind hier richtig. Ja, ja. Ich nehm die Straßen, die sind nämlich schön breit. Schnauze. Euphoril. Ah, siehste, das war doch richtig. So, eine harte Kurve. Zack, Bums. Ihr konnt ist ihr konnt. Äh, sprach er. Hihi. Drei Meter rennen. Voril wegmachen. Funktioniert. Perfekt. Na, hier rinnen. Der hört sich stinkig an. Ah, gut. Dann machen wir eben halt die olle äh, questen, technischerweise. Ein bisschen jetzt mal, jetzt mal gucken, hier. Tü, tü, tü. Dietrich. Stöffli. Noch mehr Dietrich. Noch ist ja ein Dietrich. Warte mal, ich schließe mich mal an. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. So. Hm, ich räubere dich mal aus. Hallo. Du siehst aus wie Jolle. Äh. Na gut, jetzt habe ich ja meine Wacken mehr an die Hände. Naja, gut, ist ja nicht so schlimm. Äh, habe ich ja ja nicht mehr bei. So. Ich glaube da draußen, da sind schon welche, also, ganz schön aggressiv. Oh, so, nee, die hole ich mir noch nicht. Ich gucke erst mal hier hinten nach. Ein Solarpanel. Das brauche ich aber nicht. So. Warte, was ist denn da draußen bei mir los? Erst brauchen sie mir die Verrückten. Jetzt ist ein Helikopter da. Äh. Sollte ihr das hören? Entweder ist es ein Helikopter oder ist es ein Rasenmäher. Eins von Bienen. Das kann alles sein. Das kann alles sein. Oh mein Gott. Gut, ich habe nicht hier noch Kohle mit bei. So, äh, Questen technischerweise. Wie gesagt, das sind all deiner Questen. Die müssen wir nämlich den nächsten hochbrüllen. Das tut es aber, weil wir sind ja mit einem Gyrocopter hier, das ist nämlich altfußfähig. Das heißt, wir können zu Fuß. So, warten sie mal. Ich habe hier was mit bei. So, äh, warte mal. Zack, bumms. Down. Down. Down, down. Down, down, down. Mensch. Diese Hitbox, die ist schon geil. Spike aber ein bisschen Mui-chion. Bruni, den kannst du nicht mehr helfen. Die Mui-Mausen wie ich. Geht doch. Noch irgendwo ein Toter? wird uns wahrscheinlich nicht erspart bleiben. Hier wandelt der Tod. Oh mein Gott. Na gut. Also. Machen wir uns mal hier auf den Weg. Hier können wir mal die kniftern. Der Laden ist. Was? Wo? Schlange. Die. Puh. In die Puh. Ich lasse mal schlingeln. Die will ja auch bloß leben. Solange. Es scheint wohl doch bloß ein Rasenmierer zu sein. Komischerweise. Oder die landen vor meine Haustür. Ist sehr, sehr intensiv. So. Dann gehen wir mal kurz hier rüber. Ich gehe mal davon aus, dass hier keine Mine ist. Oder dass ich sie vorher sehe. Verbrennt ihn hier, Sensia. Nee, da ist eine Schlange. Naja, gut. Jetzt sind da Zombies. Ich musste ja rumballern. Ich habe ja Knüppel. Oh ne, jetzt ist irgendein Hund. Nimm das. Und nimm das. Ihr seid das Todes. Seht ihr? Ich habe Munition gespart. Da hinten ist eine Grüne. Oh mein Gott. Die Grünen sind wieder unterwegs. So, jetzt soll ich hier hoch. Naja, dann mache ich das mal, wa? Hallo. Mr. Polymanzei. Ich sehe sie. Sehr, sehr gut. Ich falle. Sehr, sehr gut. Ich denke nochmal hoch. Darf ich nochmal eh mal anfangen? Dankeschön. Ich bin, äh, sehr, sehr dafür präsentiert, herunterzufallen. Gut gestorben. Sehr, sehr gut gestorben. So. Ist man hier irgendwas? Dunken. Batman. Batman. Jetzt erst mal sagen, nein. Mal kurz hier rüber. Was? Wo denn? Du lügst doch. Oh, hier kommt jetzt niemand. Ah, doch. Hat das doch recht gehabt. Komm her, du. Pohl. Mach dich platt, Junge. Ja, dann lerne erst mal fliegen. Lass dir ein paar Stunden geben, oder wat? Oh, yes. Ja, ja, ist doch gut. Von wem sah das aus wie ein Beet. Na, dann bieten wir mal, wa? Äh. Gut, da ist eine Schlinge-Schlange. Die lassen wir mal kurz. Ich geh mal kurz hier an ihm ran und dann... Das hat Fuchs'n müde. Er ist da oben. Mama Mia. You are go... Again. Ja, das geht ja auch so. Kann ich ja so machen. Komm mal nochmal rum, du. Du Nabbel. Ich treff dich doch so nicht. So eine Schande aber auch. Was? Was? Wo? Hm? Ich hab's förmlich... Ich hab's förmlich... ...gespürt und gehört. Stirb! Bist du jetzt tot? Nee. Jetzt so. Hallo, Mr. Feral. Na, sonst? Alle Jude? Alle tot? Einzug. Wo kam der raus? Da raus, oder wat? Früche waschen, alt in Reinigung, oder wat? Gut, weiter geht's. Munition haben wir ja auch in zwei Stück mit bei... Das sollte ich noch nicht drücken. Ach, das wart ja schon. Stimmt ja. Was hab ich erwartet? Das ist in einer Quest. Einen Weltuntergang, oder wat? So. Aber es wär schön, wenn wir irgendwie ein paar Tröhnchen wiederkriegen würden. Also, ik hätte jetzt nix dagegen. Also... Ich wäre nicht abgeneigt. Das wat mach ik ook clean. Denn dat wird nämlich jetzt bei der Munition kosten. Hallo? Freunds! Ich seh hier einen leichten Anfall von Tod. Moment mal. Ich guck mal kurz nach. Ich hab ne Pieper gefunden. Weißt du wat? Brauchen sie eh nicht mehr. Jetzt noch auf der Straße. Nee, ich hole den auf der Straße. Jetzt in meiner Tasche, oder so. Naja, gut. Jetzt hab ich's versaut. Oh, ist hier noch erste Runde. Da hinten ist noch ein Hans. So, sag mal. Parken technischerweise, weil auf dann... Ach Mensch, ich bin doch hier zu Fuß gelaufen. Fünf Sekunden gelaufen und alle verhessen. Jaja, ich hab's schon gesehen. Schlinge, Schlange, R. Mann, die kriegt auch so aus. Sie noch. Und warum hat der Fleisch wohl nicht mitgenommen? Jetzt. Was für eine Verspendung. Dann bohren wir mal. Oh, das nehm ich mir auch mit. Warte, haben wir hier. Kneufchen. Ein Kneufchen. Warten Sie. Ich muss das erst abbauen. Das geht so nicht. Nee, du auch nicht. Lassen Sie uns schrauben. So. Jetzt... Okay, das nehmen wir auch noch mit. Da geht's auch noch gleich hin. Wir haben noch Zeit. Tschüss, tschüss. So. Dann gehen wir kurz so. Oh, Mann, sei! Nach dem Kopf, du Junge. Achso. Ich hab gedacht, der ist hinter mir. Deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen in Wallung. Dabei war er schon drin. Oder ist von daher gekommen? Ist alles möglich. Oh, Modition. Ja, für eine Knarre, die ich nie habe. Das ist meine Welt. So, jetzt müssen wir wieder da zurück. Was soll da schieben? Hey, 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 hey. Ganz ruhig, Junge, ja? Ist das Seven Days, Gott? Moment mal. Da ist ein... ein Toter Zombie. Ja, ja, gut. Ihr wisst, was ich meine. Ein Wiederkehrer. Und der hat das vorhin nicht gekriegt, dass seine Kumpels aggressiv waren? Das hat sie nicht mitbekommen. Da hat sie es nicht anders verliehen. So, ich guck mal, Saren. Nehmen die Abkürzung hier quer durch. Was soll da schief gehen? Incoming enemies, prepare for conflict. Was ist denn ein Schlank? Nee, hier ist ja ein schön Schlankproblem. Nee. Putze, ich sage, nee. Treffe ich die nie, oder wat? Geht ja so nicht. Ja, ja, so Fleisch müsste so nebenbei snacken, ist doch ja nicht so verkehrt. Kommen Sie rum. Oh, hier sind's wir. Brauchst noch ein... Alter, Doppelschlag. Ich hab's drauf. Habt ihr das gesehen? Saubere Sache. Saubere Arbeit. Äh. Moins. Hast du nicht gesehen, was ich mit deinen Kumpels gemacht hab, wa? Ja, jetzt nicht mein Problem. Hey, Kotzi. Moins. Jetzt seine Beule hat er mich hier sehen. Sehr, sehr komisch. Mag ich nicht. Ich mag den nicht. Hey, wir sind ja schon da. Ey, Moment, Moment. Nicht so schnell rennen. Wer hastet, der stirbt. Aber ich sehe keinen. Weiß aber nicht, dass sie nicht da sind. Hallo, flugge Schrauber. Die Bims will er zurück. Muss was abgeben. Sag mal, hab ich Holz mit bei... Nee, noch nicht. Aber weit. Wird hier wahrscheinlich auch gehen, zwei Kisten hinstellen. Das ist clever, glaub ich. Moins. Moins. Ähm. Ich muss aber erst mal Zeug loswerden, bevor du mir den ganzen Schmund andrehen tust. Äh, weil... Was ihr gesehen habt, ist schon ein bisschen lumpig. Nehmen wir das kein... Ja, ja. So, also. Na gut, Mollis. Der Rest ist halt ein Murks. Na ja, gut. Es ist ihm, wie ihr sagt, äh... Einer, Einer Quest. So, die Mods brauche ich nicht mitnehmen. Was soll ich denn damit? Davon habe ich genug zu Hause. Gut. Äh, warten Sie mal. Ich muss da... noch mal eine neue annehmen. Und dann werden wir uns mal zwei Kisten hier hinstellen. So. So, so. Ich laug dir mal hier das Bäumchen. Das sieht eh schon sehr, sehr gebraucht aus. So, ich hab dich. So. Zwei Kisten. Denk ich hätte ja... Nee, die Nägel habe ich ja verarbeitet. Ich hätte die großen Kisten bauen sollen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber ich habe ja hier, äh... Dings installiert. Die Mods. Ist das ja nicht so problematisch. Dann sind ja die Stacks gut verteilt. Hä? Verteilt? Also ich meinte, du kannst gut stacken, so. Da passt denn sehr, sehr viel rein. Das war mein Wort, was ich sagen wollte. So, die Munition brauche ich nicht. Plastik brauche ich ja nun auch nicht. Kohle brauche ich nicht. Der Rest, der muss alles mit. Alles. Sag mal, dann kann ich doch eigentlich... Äh... Ja? Hallo, Wauzi. Ey, mal testen hier. Funktioniert. Gut, wir können weitermachen. Da lang. 200 Meter. Ne, die kannst du hier nicht liegen lassen. Ach. Es wird schön. Es wird schön. Vor allen Dingen, ich habe noch nicht mal Kiste voll, mache ich schon die nächste voll. Hä? Hä? Schöne Ding. Sehr, sehr schöne Ding. 200 Meter hier durch die Stadt. Was soll da schief gehen? So, das Auto töff, töff, nehmen wir auch wieder mit, wa? Jetzt, äh, wenn es uns schon mal einen Weg stehen tut, dann nimmt es auch mit. Ist gut für den Benzin. Umso mehr, äh, umso mehr wir hier rumschrauben, umso weniger muss ich bohren mit einer Wüste. Wo ist denn hier los? Hast du das ehrlich? War ich den hier getroffen? Äh, da braucht er eh neun, neun. Pülchen. Loch. Ist nicht, ich guck. Ein Ausdünstungsloch. So, ich würd mal sagen, wir haben unser Ziel erreicht. Kommt mir auch bekannt vor. Gut, so langsam sollten uns alle Questen wie Kant vorkommen. In zwei Stücken. So, das wird schön gewesen. So, äh, nee, erstmal müssen wir die Quest annehmen. Da. Da müssen wir rinnen. So, Musik, rinnen. Oh, schon wieder. Komm her, Fleisch. Sag mal. Gut, langsam. Komm mal erstmal ins Wieden Treffer. Gut, Sand hab ich nicht mit bei. So, äh. Na, komm her. Nee, das ist da. Ich hab jetzt gedacht. Da bist du. Ich hab erst gedacht, dass der Hund ist ja gut. Ist ein Feiner. Ist ihn auf der Nase. So, zack, komm ins. Was? Ah, bist ne Schöne. Auf der Nase. Gut, mach doch einfach die Tür auf. Jo, ich würde gerne. Äh, gut. Das hat sich erledigt. Schritt machen. Sie ist down. Aber mal so richtig. Wollen wir eine Tasche? Hör da was klappern. Ist doch viral. Ich rieche doch. Ich lass deine Füße nicht waschen. Mal wieder. Hä? Nee, das sind Flammi. Hallo. Was machen sie da? Stirben. So, äh. Die Tür kommt mit. Die Tür kommt mit. Yes. Da haben wir schon mal eh ein Knäufchen. Oh, einmal trinken. Also trinken. Das läuft jetzt wirklich gut, wa? Also, da kannst du nichts sagen. Ich zieg schon ein, zwei Sachen hier raus. Spider-Man. Spider-Man. Tön, 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 tön. Süd. Spider-Man. Also, es ist der Spider-Man, so. Aber ihr wusstet, ja. Klass. Ja, auch komisch. So, da ist nichts. Nischt, nischt. Tony. Ja, gut. Ich fall. Äh, kommen sie mal kurz hier rum. Ja, hier rum. Kann ich sie... Ja, Mensch. Wollte sie doch maßnehmen. Gehen sie mal kurz ins Loch. So, oben ruf. Schon alles gut. Hät ja nicht mehr auf. So, mal. Ich hab gerade geschaut, ob da... Äh, eventuell... Eine Kupferleuchte drum... Oben drauf ist. Also, aus Messing. Aber nö. Ab und zu mal drauf achten. Eins wie mal. Kann ja nie schaden. So, warte mal. Äh. Wollte ich gerade sagen. Ach so, ich hab ja den besseren Bogen. Äh. Karmbrust jetzt drinnen. Macht Sinn. Geben wir nochmal zu. Oh, hallo. Hallo. Stimmt ja. Da bricht ja ein. Schnellt mal raus. Äh, eh nur nichts. Nischt. Niente. Na dann. Komm, hab ich dich nachherladen? Hab ich. Ah, gut. Um die Ecke kommen sie, ne? Wie immer. Da, 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 da. Stopp, 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 stopp. Und das ein bisschen leiser. Geht ja so nicht. So, das ist weg. Äh, das mach mal auf. Dankeschön. Schwarzböse. Hey, Munition. Jetzt haben wir drei verschiedene Munitionsorten mit bei. Das ist, äh, sehr, sehr gut. Kann man mal machen. So, die Banagen sollte ich jetzt in den Villa einsammeln. Müssten wir so langsam aber sicher mal wieder so eine große, oder generell mal so eine große, äh, Erste-Hilfe-Kits erstellen. Das wäre nicht verkehrt. Jo, ey, guck mal, hier sind wir drüben. So. Geizweck-Schlüssel. Aufmachen. Open this door. Äh, Tür. Naja, ich weiß, ich bin schwer. Okay, so links, rechts, nichts. Auto muss weg. Habt ihr schon gesehen. Ist er da oben? Hast dich da oben? Du bleib da oben? Ich bleib hier unten, denn es ist alles gut. Oh. Was ist denn das für eine Scheune? Da muss ich mal gucken. Da geht das aber tiefer. Geht zu tief, tief, tief. Es geht zu tief. Was? Wo die Mann sei? Da ist nur ein Rombo. Nee, nee, Junge. So nicht. So haben wir nie gewettet. Noch mehr Munition. Ey, ich wollte doch jetzt in der Uschi die Quest abgeben. Und dabei ist hier noch was. Äh, Drohni? Rutsch. Da bist du ja. Rutsch mal ran auf den Meter. Wir haben eine Mission. Ich hab da was gefunden. Muss ich dann bloß später wieder rausnehmen? Das wird ja dann in eine Kiste rutschmeißen. Sonst bringt es mir ja eine Sch... Hier, kicken wir nochmal nach. Dann wird eben halt eine kleine Folie mit über Länge. Ist ja nicht so schlimm. So wie der Aussehen tut. So groß ist es ja nicht. Hm. Durchrennen. Da ist nichts. War das eine Tasche? Ditte Pappelkamm oder wat? Olaade. Immerhin in den Kopf. Ey, was machen sie hier? Ich hab sie gefunden. Gehen sie weg. Sie ist schon totgegeben. Ich stehe noch weiter runter. Hallöle. Ey, jetzt will sie was das. Das ist das Tier mit den Enten schlingen geschlagen. Ich hab ein schlechtes Gefühl über das. Äh, Schlingelschlange, hab ich gesagt, ne? Ja. Das ist ja hier voll. Sag ich doch. Ich hab sie weggezaubert. Ich wollte erst den Knüppel nehmen. Links, rechts. Oh, da. Kommen sie mal bitte mit. Mister Schlange. Oh, Adroni. Ich wollte jetzt gerade schon wieder zu... Schießen, hauen. What she said. Na, kommen sie. Kommen sie durch. Doppel ist besser. So, siehste. Gehen sie jetzt hier durch. Hm. Wo toben wir den da? In voluminöser. Eingesperrt. Gemästet. Nicht so laut. Ihr verratet uns doch. So, ihr geht's hoch. Ich lass dich frei. Na, gut. Lass ich dann doch nicht. Ist ja schon tot. Da fährt das ja nicht. So, was haben wir hier drinne? Äh, gut. Ich würd mal sagen, wir machen uns erst mal hier... Ja, ja. Ist doch gut. Wir machen uns hier erst mal raus, würd ich mal sagen. Hat sich anstrengend an. Erst mal links, rechts. Eben sie bitte ihre Hand. Ich weiß doch nicht, wo sie sind. Da sind sie. Hallo, hier bin ich. Puppes, klatsche. Tot. Ich geh nochmal hoch, ne? Also, ich weiß ja den, wie ich. Ich kenn den ja jetzt. Wollte eigentlich bloß mal kurz hier rinfo kennen. Mal hallo sagen. Hallo. Wo bin ich denn hier schon wieder rin geraten? Naja, mal ganz kurz rin gucken. Geile Scheune. Mietel. Danke. Wechsel. Danke. Klauen. Danke. Äh. Zeit lassen. Leider hätt sie nicht. Na gut, ich lad mal kurz nach. Ich glaube, da sind schon eins wie Zombies. Nee, sind sie nicht. Die sind neben mir. Die sind neben mir, die Hungs. Oh. Noch noch ein bisschen Ramazama zum Schluss. Ja, ja, du, ich gehst. Oh, Alter, was ist denn hier los? Hä? Trotzdem geht nochmal in diesen Raum rin. Öh. Mach sowas nicht, Mensch. Junge. Was soll denn? Ich hab mir erschrocken. Du, Alter. Pullermann. Kopf. Arsch. Whatever. Ich will doppelt Loot hält besser. Aber jetzt hab ich es wie immer Loot. Ich wollte eigentlich bloß nachgucken. Gut. Hab ich ja. Meine Art und Weise. Nee, mach mal das weg. Höh. Höh. Mach mal so. Siehst du? Hat sich toll gelohnt. ich weiß, das Leder könnte ich verkaufen, aber ja, gut. Ach, weißt du, was? Wir müssen jetzt in der Olle djennen. Wir sind schon, will er, ich halte mich schon, will er, will er zu lang auf. Es macht Spaß, es macht Spaß. Ich gebe Gas, ich gebe Gas, also meistens. Ich gebe mir Mühe. Wo muss ich denn hin? Orientierung 3000. 2000, da lang. 200 Meter. Huuu, ich bin schon. Ja, ja, ich habe ein bisschen an, ich habe ihm zurechtgewiesen. Und dann würde ich mal sagen, nicht rennen. Ich würde sagen, dass noch irgendwie Zombies kommen. Hey, gut, ein bisschen rennen kann ich schon. Ein bisschen Ausdauer habe ich ja. Ein bisschen Ausdauer ist ja vorhanden. He, 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 he. So. Luft holen. Sonst fängst du an zu kotzen. Oh. Na, war doch ja nicht so schwierig. Hat doch ja nicht so lange gedauert. Nur ein bisschen windig hier. Muss ich dir mal sagen. So. Habe ich denn genug Platz? Natürlich nicht. Aber ich könnte ja was essen. So, und dann könnte ich noch mal was essen. Und jetzt habe ich Platz. Da platzt es mir aus dem Kragen. Licht. So. Hey, Munition. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, das habe ich eigentlich schon. So, äh, die Mod bringt mir. 49. Der Bruch bringt mir aber ein bisschen mehr. Und Band 6. Band 2. Ja, jub, macht keinen Walzer. Ist nie so schlimm, Sarik. Also. Äh, Schuhe. Ne, Helm muss ich einen besseren kreieren. Akovic. Die Grinschmeißen können. Äh, jub. Äh. Lobby. Eher halt. Bech. Bech. Und der Rest den behalte ich. Hihi. Ihr habt. Oh, den krieg ich auch noch klein. Ja, ja. Und die nächste. Äh. Da. Aber die machen wir erst morgen. Haha. Ja, jub. Also. Alles jub funktioniert. Alles löft. Wie immer. Ich werde jetzt meine Taschen ausleeren. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht euch einen schönen Tag. Ich bin dann erstmal raus. Tschüssi. Kowski. Tschüssi.